Ein Ford Fiesta steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem wendigen blauen Fünftürer Platz. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, ABS, ESP, elektrische Seitenspiegel, Physiofix, Kindersitzbefestigung und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 60 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 5,2 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 11.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017